Best for Soil – durch den Boden übertragene Krankheiten. Praktische Informationen. Hallo, ich bin Miguel und ich bin Pflanzenpathologe. Was bedeutet, dass ich Pflanzenkrankheiten untersuche? In diesem Best for Soil-Video finden Sie Erklärungen darüber, was bodenwürtige Krankheiten sind, wie man sie erkennt und warum sie wichtig sind. Durch den Boden übertragene Krankheiten werden durch im Boden lebende Organismen verursacht, die Wurzeln, Rhizome oder Stängel von Pflanzen infizieren. Der Boden ist von einer Vielfalt sehr kleiner Lebewesen bewohnt. Die Mehrheit von ihnen ist an der Zersetzung organischer Substanz beteiligt und trägt zur Umwandlung von organischen Ablagerungen in Mineralstoffe und organische Substanz bei, die für die Versorgung der Pflanzen und die Erhaltung der Bodengesundheit unerlässlich sind. Obwohl praktisch alle diese Organismen für die Pflanzen von Vorteil sind, können einige wenige von ihnen die normalen Funktionen der Pflanze stören und dadurch Pflanzenkrankheiten verursachen. Mikroorganismen, die diese Krankheiten verursachen, werden als bodenwürtige Pflanzenpathogene bezeichnet und die Krankheiten werden als bodenwürtige Krankheiten eingestuft, da die Organismen, die Krankheiten verursachen, ihren gesamten oder einen Teil ihres Lebenszyklus im Boden verbringen. Es gibt mehrere allgemeine Symptome, die typischerweise mit bodenwürtigen Krankheiten verbunden sind. Viele der Symptome treten zuerst an den Wurzeln oder am Basalstiel auf, da dies die Pflanzenorgane sind, die direkt mit dem Boden in Berührung kommen. Nematoden verursachen Lesionen oder Deformationen der Wurzeln, Pilze verursachen Nekrosen, Gewebefäule oder Krebs. Einige Krankheitserreger haben einen direkten Einfluss auf die Qualität des geernteten Pflanzenteils, zum Beispiel Karotten. In anderen Fällen besiedeln Pilze die Xylemgefäße nach dem Durchdringen der Wurzeln, was zu einer vermindernden Wasser- oder Mineralstoffaufnahme führt. In der Folge entstehen zu einem späteren Zeitpunkt Vergilbungs- oder Welkerscheinungen. Heiße und trockene Bedingungen beschleunigen die Entwicklung der Krankheitssymptome. Die Symptome können mit einem Mangel an Wasserzufuhr verwechselt werden. Daher ist die richtige Diagnose entscheidend, um zu wissen, ob ein Erreger für die Symptome verantwortlich ist. Die Diagnose ermöglicht eine effiziente Bewirtschaftung des Bodens für die Zukunft. Ein Problem bei der Erkennung bodenbürtiger Krankheiten ist, dass im Frühstadium der Krankheitsentstehung die oberirdischen Pflanzenteile wie Blätter oder Stängel keine Symptome zeigen. Möglicherweise werden auch keine oberirdischen Symptome sichtbar. Dies kann vorkommen, wenn die Krankheit nicht zu stark ausgeprägt ist. Dennoch kann auch ohne klar erkennbare Symptome das Wachstum der Pflanze und der Ertrag reduziert werden. Im Gegensatz zu luftübertragenen Krankheiten, bei denen die Symptome deutlich sichtbarer sind und deren Bedeutung manchmal überschätzt wird, werden die Auswirkungen von bodenbürtigen Krankheiten oft unterschätzt, da keine klaren Symptome zu erkennen sind. Wenn die Bedingungen für die Entwicklung einer bodenbürtigen Krankheit günstig sind, kann die gesamte Ernte verloren gehen, was für den Landwirt katastrophal ist. So provoziert beispielsweise Verticillium daliae einen Pilz, der zuerst in die Wurzeln und dann in das Gefäßgewebe einer anfälligen Pflanze eindringt, eine Verwälkung und später den Tod der ganzen Pflanze. Andere Pilzerreger, wie zum Beispiel Colletotrichum cocodes, können die Wurzeln der infizierten Pflanzen zerstören, die dann nicht mehr in der Lage sind, Wasser und Nährstoffe aufzunehmen. Als Folge davon wird das Pflanzenwachstum reduziert und der Ertrag verringert. Auch pflanzenparasitäre Nematoden können zu Ertrags- und Qualitätseinbußen führen. Einige Nematoden sind auf eine einzelne Kultur- und Pflanzenfamilie spezialisiert, zum Beispiel die Kartoffelzysten-Nematoden, die nur Kartoffeln infizieren. Andere Nematodenarten sind Polyphag, was bedeutet, dass sie eine Reihe von Kulturen infizieren. Die Wurzelknoten-Nematoden, die Meloedogyne-Arten, gehören zu dieser Gruppe und verursachen Probleme bei einer Vielzahl von Kulturen in ganz Europa. Mit dem Ausstieg aus der Verwendung von Methylbromid, einem leistungsstarken chemischen Bodenräuchermittel, gewannen bodenbürtige Pilze und Nematoden wieder an Bedeutung. Aufgrund der Verluste durch bodenbürtige Krankheitserreger wird viel Aufmerksamkeit und Mühe darauf verwendet, so viele Krankheitserreger wie möglich im Boden zu inaktivieren und zu eliminieren, bevor eine neue Kultur gepflanzt wird. Um dies zu erreichen, wurden sehr giftige chemische Begasungsmittel oder Dampf auf den Boden aufgebracht. Die Bodendesinfestation mit diesen Methoden ist jedoch teuer und schädlich für alle lebenden Organismen im Boden, einschließlich nützlicher Mikroorganismen. Seit Jahrzehnten verwendet und missbraucht die Intensivlandwirtschaft übermäßig viele chemische Bodendesinfektionsmittel und reduziert so alle Arten von Leben in kultivierten Böden, was einen großen Einfluss auf die natürliche Fruchtbarkeit der Böden hat. Die Wiederherstellung der Bodenfauna und der Gesundheit der Böden ist möglich. Mehrere Methoden können zur Wiederherstellung und der Aufrechterhaltung der Fruchtbarkeit des Bodens sowie zur Verhinderung von bodenbürtigen Krankheiten angewandt werden. Einige dieser Methoden werden von Best for Soil gefördert, wie zum Beispiel Kompostierung und organische Zusammensetzungen, Zwischenfrüchte und Gründünger, anaerobe Bodenentzeuchung und Biosolarisation, die alle adaptierbar und erweiterbar sind.